It's poppin' off like a champagne bar Oh, 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 so bitte hin Buch, okay, ein Buch habe ich, jetzt brauche ich... So, vier Obsidian Zwei davon, okay, ich habe einen Zaubertisch Dann brauche ich eine Enderperle, ich brauche Gold Goldhammer hinten beim Extraktor wird gerade in Pulver verwandelt Okay Hol ich auch gleich ab Brauchst du Enderperlen, Bar? Enderperlen? Brauchst du welche? Ich brauche keine, nein Das heißt, eine reicht Dahin, das dahin, und jetzt brauche ich nur noch Gold Man könnte theoretisch auch noch einen electrical furnace machen, der würde dann halt auch wieder mit Ding betrieben werden, aber halt, wäre halt schneller als ein normaler Ofen, aber brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt, oder? Nö Achja, brennen noch, genau Kann ich nicht verzaubern? Ne, schade Aber ich kann nicht hauen Ja, das kannst du Mir fehlen auch noch äh Fire Shards Fehlen mir noch Ja, da musst du wohl welche Warte, ich nehme mal alles Zauberhaftes mit, äh, zu mir nach unten in die Truhe Ja, okay, tu das Das heißt Quicksilver bräuch ich dann, das, äh, wo ist ein Amber? Amber? Ja, klar Ja, die ganzen Shards nehme ich da noch mit Ja, mach das, räum die Kisten mal ein bisschen auf Und jetzt habe ich überhaupt kein Problem Das, 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 das rein, wobei, ne, das lege ich auf meinen Zaubertisch Ich habe über 24 Gold reingelegt, ne, Erz, und bekomme 8 Golddust wieder raus Ne, ich habe, ich habe den anderen schon mitgenommen Ach so Okay Jetzt dachte ich schon, das ist auf einmal weniger, aber dann statt mehr Ne, ne, ne Äh, im Ofen, also ich habe jetzt noch 2 Gold und 39 Gold, äh, Dinger sind noch drin Mhm, okay So Ich habe meinen Chunkloader, jawoll Theoretisch könnte ich den hier hinstellen und auf, keine Ahnung, 8 Millionen Chunks einstellen Okay, nicht so hoch geht er, glaube ich nicht Jetzt wollen wir es auch nicht übertreiben, ja Ne, aber, ich kann, ich kann schon hoch einstellen, ich glaube bis Deck 700 Chunks und, ah, das blöde ist, ich weiß nicht, wie man den abbaut Ja, dann würde ich den erstmal nicht abbauen, ne Ne, mach ich auch nicht erst mal nicht So 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 Wo stelle ich denn hin? Ich stelle den gerade dann hier in das Loch ran und stelle ihn auf. Wie macht man denn nochmal hier die Diamanten aus Gold? Ich habe jetzt gerade mal auf 81 Chunks gestellt. Ja, das dürfte erstmal reichen. Das reicht doch locker, Alter. Wie weit das ist, Junge. Gut, dann muss ich aber wirklich langsam mal anfangen mit Hausbau. Dann mach das nicht. Ja, aber nicht mitten in der Nacht. Ne. Oh, ich habe Oranium gefunden. Schön. Hat das die Mining Turtle gefunden oder hast das du gefunden? Ne, hab ich gefunden. Okay, also ich bin im Bett. Äh, Excaval 9. Ja, ich komme jetzt auch wieder, weil die Turtle macht ja jetzt. Da muss ich jetzt nicht mehr dabei sein. Gucke ich einfach später nochmal vorbei. Jo. Für euch zur Info, wir nehmen übrigens voll krass im Voraus auf. Ähm, wir haben heute den 19.08.2013. Die Folge wird vielleicht in einem Jahr hochkommen? Ne, die Folge wird wahrscheinlich frühestens 1. September oder so hochgeladen. Boah ja, das geht ja eigentlich noch. Ne, aber trotzdem voll krass im Voraus aufgenommen wie Minecraft Season. Mit Minecraft Season gibt es übrigens ein paar Probleme. Falls du schon mitgekriegt hast wegen dem Outro, kann ich sie nicht mehr veröffentlichen. Somit muss ich alles nochmal ab mir anschauen. Also sozusagen abfilmen und dann wieder neu hoch, neu rendern. Ja, wegen der Musik-Copyright. Lol, welche? Ja, vom neuen Outro, was wir bekommen haben. Wir haben ein neues Outro? Ach Chris, oh Gott. Tim, vergiss es einfach, ja. Dein neues Projekt, da habe ich heute übrigens schon Thumbnail zugemacht. Ah ja, danke. Äh, Road to Commander. Ja, Mann. Und dann später Road to Prestige und dann später Road to Commander in MV3. Ja, Road to Prestige Master wollte ich machen, aber ich glaube das lasse ich lieber, ne? Da habe ich, für Black Ops 2 habe ich nicht mehr die Nerven dazu, ne? Also, mhm. So, jetzt leg ich nochmal alles in die Kiste, du musst wieder sortieren. Fick dich. Was mache ich dann heute Abend? Ja, ich muss schnell weg. Du musst schnell weg? Ja, ich will nämlich auch noch, ähm, bisschen was finden. Also selbstständig. Okay. Weil die Turtle arbeitet ja jetzt. So. Und dann suche ich mir jetzt noch eine Höhle oder so. Oder ich helfe dir beim Hausbau, das könnte ich auch machen. Äh, ne lieber nicht. So. Weil ich selber erstmal schauen muss, wie ich die, wie ich das haben möchte. Also von daher ist das eine ganz schlechte Idee mir zu helfen. Okay. Ich glaube da ist sogar ne Höhle, ja? Halt dein Maul. Oh, ist ne kleine Höhle. Bis jetzt. Ah, schonmal Kupfer. Oh, Schatz. Als Hauptsache, ich gehe in die Höhle. Das erste, was ich finde, sind Schatz. Die Höhle ist toll. Und was ist da noch? Zinn. Und Eisen habe ich gefunden. Alter, die Höhle ist bis jetzt richtig ergibig. Und ein Creep habe ich gefunden. Ach, das ist ja schön. Ja, der hat sogar ne Minium Scheibe droppen lassen, die ich jetzt grad gar nicht brauche. Oh, Ruby. Also, Rubin. Yeah, man. Yeah, man. Was ist los? Ich weiß nicht. Ich finde, du bist einfach viel geiler als das normale Minecraft. Jetzt einfach halt viel mehr Möglichkeiten, ne? Oder wie siehst du das? Ja. Weißt du was? Ich glaube, ich baue hier so ne Art Mühle. Ähm. Ja, ist gut, weil wir können dann auch noch Windmühlen machen, wenn wir die hoch genug machen. Ich glaube so 190, dann sind die auch richtig ergiebig. Ach, bringt das dann Strom, ja? Ja. Hammergeil. Gibt auch noch Wassermühlen, gibt's auch noch. Lass mir nachschauen. Wind. What a windmill. What a sail. Dafür brauchen wir... Aha. Was ist das? Achso. Wir müssen dafür 190 packen und dann müssen wir von oben ein Kabel nach unten legen, ne? Ja, das ist ja nicht so schlimm. Alter. Äh. Da müssten wir, wenn wir es mit ganz normalen Kupferkabel machen würden, müssten wir alle fünf ne Badbox setzen. Also alle fünf Blöcke. Aha. Oder wir machen es halt mit diesen Glasfaserkabel, dann müssten wir nur alle vierzig Blöcke übersetzen. Okay. Aber die Glasfaserkabel sind halt übelst teuer, ne? Wer meint. Also ein Diamant für vier. Achso. Ja. Äh. Ja, wenn wir später mal genug Dinger finden, ist das ja nicht so schlimm. Ja. Ja. Jawoll. Ich hab's gefunden, ja. Ich hab die richtigen Shards gefunden, die ich die ganze Zeit wollte, Mann. Feuer Shards. Geil. Sehr interessant. Davon brauch ich noch ein paar. Zwei Stück brauch ich, glaub ich brauch drei oder vier Stück. Boah Junge, ich find so viel in der Höhle, ne? Ja. Das Problem hätte ich gar nicht mittragen können. Ich brauch aber nochmal Feuer Shards. Zwei Stück reichen nämlich nicht. Oh, ist er vier. Oh Gott. Was denn? Ich, ich, ich. Alter, ich werd sterben. Ich werd sterben. Ich werd sterben. Ich werd sterben. Ach, bitte nicht. Ne, ne. Okay, doch nicht. Doch nicht. Boah, alter Junge. Weiß, ich bin so ganz gediegen am abbauen. Was passiert auf einmal? Ich falle runter. Und dann sind da irgendwie so voll viele Gegner. Ja. Alter, hab ich grad in Schock meine Sims bekommen. Und weiß, ich war so schlau und hatte mein Jetpack nicht an. Ja, das ist halt der Tim, ne? Weil ich will, ich will die ganze, nicht die ganze Energie verräumen, weil ich hab nur noch 19.000 drin, glaub ich. Boah, alter. Ah, hier sind, hier ist so viel Erz und das kann ich alles gar nicht mitnehmen. Ich würd dir aber empfehlen alles mitzunehmen. Ja, ich geh hier später auch nochmal rein. Weil hier ist echt so viel, das ist einfach viel zu viel. Da muss man mindestens zweimal in die Hülle rein. Und dann? Oder halt einmal zu zweit, das geht auch. Aber ich möchte jetzt hier eigentlich mal was schaffen. Ich rede das ja schon seit 800 Folgen so oder ich das so machen möchte. Und angefangen hab ich jetzt gerade erst. Na mach ruhig. Bin ja hier noch allein in der Höhle. Soll ich mir mal ein bisschen Marble noch mitbringen, also zu bauen? Also brauchst du Marble zum Bauen? Ich brauch kein Marble. Ah, der sieht schön aus. Ja, dann, vielleicht baust du ja unser Haus damit so, ich weiß es ja nicht. Kann ich ja später noch machen. Alter, warum sind denn so viele Skelette, alter? Ich hab irgendwie das Gefühl, ich hab irgendwie ein sau schlechtes Gefühl. Alter lol, hier sind so viele Monster einfach. Skelettspawn oder was? Ja, hab ich das Gefühl. Ach, da unten bist du ja, da unten sind immer sau viele Monster. Also auf der Karte zumindest. Hättest du mir das nicht vorher sagen können, dass hier immer sau viele Monster sind? Aber es ist auch sau viel Erze und so. Also es lohnt sich echt hier rein zu gehen. Und die beschützen das halt, ne? Ja, alter, ich merk das schon. Laber ist hier auch noch. Laber. Alter, ich werd hier nie wieder rausgehen, ja. Ich hab mich jetzt schon ein bisschen verlaufen, ne? Ach, das überlebst du schon, Tim. Ja, aber ich seh Tagessive. Wo ist denn das Pimmelsgele... Alter, da unten ist er aber... Okay, ich zieh mir doch lieber mein Jetpack an. Hab ich grad so beschlossen. Ich hol jetzt grad mal mit, was ich so tragen kann. So. So. Ist halt ein bisschen blöd mit dem Springen. Dass man so hoch springt. Ja, das ist echt ein bisschen blöd. Deswegen zieh ich's auch wieder aus. Nur wenn irgendwo Abgrund ist, dann zieh ich's wieder an. Okay, hier ist Abgrund aber nicht so schlimm. Da kann ich runterlaufen. Oh. Green Saphir. Oh. Okay, meine Hacke ist kaputt. Egal. Ich hab ja meinen geilen OP-Zauberstab. Alter, der Zauberschab ist echt voll geil, man. Der funktioniert eigentlich... Das ist eigentlich wie ne geile... Das ist eigentlich wie ne Dia-Hacke. Nur geiler. Ich hab hier richtig Angst in der Hölle, dass ich sterb, man. Weil die einfach saugroß sind und hier sauviele Monster sind auch. Aha. Und ich hab richtig geilen Stuff dabei, da hab ich keinen Bock dann zu krepieren. Ich hab jetzt auch schon Level 31, wir müssen mal Bücherregale machen zum Verzaubern und so. Dann fang doch schon mal an. Ja, ich bin in der Höhle. Bücherregale, ja. Aber ich hab das Haus, wo das dann später reinkommen soll, noch nicht gebaut. Für egal. Ja. Dann Bau! Ich bin ja gerade dabei. Welches Level hast du denn gerade? 31. Ich hab 44. Zombie? So. Jetzt brauch ich den Rest. Oh, da unten ist eine seltene Wiss-Chart oder wie die heißt. Ja, oder? Mit M. Alter! 1. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 11. 10. 11.